Hallo Leute, das ist meine allererste Minecraft Master Builders Folge. Da sind wir uns alle einig. Ähm, mit Sandra, doch. Ich hatte zwei Fails. Einmal habe ich mein Mikrofon nicht aufgenommen und schwarz Bild gehabt. Ja, ähm, wohin hast du gesagt? NICHT! Also, pfff, die klappt rein. Und beim zweiten hatte ich einfach, guck mal, den haben wir auch gesehen, den Skin. Ähm, beim zweiten hatte ich die ganze Zeit Dings. Okay, ich lade das vielleicht auch hoch, wenn ihr es wollt. Aber dann bin ich Letzte geworden. Ich soll eine Angel bauen, sagst du? Wieso habe ich keinen leichten TM bekommen? Wieso sind die alle scheiße, ey? Hast du den Witz mit Angel jetzt verstanden? Ja. Äh, bin mal kurz weg. Nein! Nein! Ich muss dich über eine Aufnahme alleine lassen. Nur vor ein paar Sekunden. Dann beeil dich! Bin weg. Pfff. Boah, das ging aber langsam. Das war viel zu langsam. Hallo, der ganze Tag ist rum, ja? Ich bin erster geworden gerade. Ähm, ja. Ich habe null verstanden. Ich erklebe ich gerade. Du weißt, du ertrinkst gerade? Ja, mein Trinken. Oh Mann, warum ertrinkst du gerade? Ich habe gerade was getrunken und mich vor Lachen verschluckt. Wo war denn das jetzt lustig? Was habe ich denn Lustiges jetzt schon wieder gesagt? Ich habe gar nichts Lustiges gesagt. Doch. Nein, mein Ecke sieht aus wie zählen. Ich habe tot. Boah, bist du eklig. Das ist keine Absicht. Gib mir eine Sekunde. Ich besser das aus. Hat einen Masserkopf. Ist mir egal. Ist das ein Gupfen? Ja. Das sieht scheiße aus. Ja, das sieht auch scheiße aus. Also von daher hat der Engel was mit dir gemeinsam. Also von daher ist alles cool. Ejo, ähm, äh, nö. Sagt die, die in dem Gebäude immer gesprengt wurden. Hey, die ist klasse! Ich habe nur drei Minuten. Dann kann alles nur besser werden. Du glaubst nicht an mich, ne? Nicht immer. Jetzt zum Beispiel. Das sieht aus wie zählen eine Glatze. Was will ich gerade sagen? Wahrscheinlich kann sie super laut. Sorry, Leute. Was mache ich hier? Nur fucking Ahnung. Ich muss eigentlich noch einen hoch. Aber dann schaffe ich es von der Zeit her, glaube ich nicht. Egal. Komm, das schaffe ich. Das schaffe ich. Das schaffe ich. So ein wenig. Danke, mach mich Stress. Danke, mein Kraft. Minderkraft macht mir Stress. Alter, das sieht aus wie eine Riesenbirne, ey. Ja, hat auch irgendwie eine Riesenbirne. Der hat halt gesoffen in der letzten Nacht. Und plus Glatze, ey. Das sieht aus wie ein halber Klauen. Momentchen. Jetzt sieht es aus wie eine Perücke. Hör auf, meine Sachen so schlecht zu machen. Aber es stimmt doch. Oh, sei ruhig. Nee. Das sieht aus wie eine Perücke. Lass mich. Eben nicht. Du hast noch 1,2 Minuten. Ja, und ich schaff's halt nicht. Ja. Nein. Da. Dass es mal aussieht. Lass mich. Nee, nicht. Wieso weint der? Der hat ja auch wieder das Eisack. Lass mich. Wieso weint der? Nee. Wieso weint der? Der weint weiß, wer hell ist. Segel ist. Sieht halt voll scheiße aus. Von den Stirn, ey. Er hat keine Arme. Scheiße. Und keine Flügel. Und keine Flügel. Meine Engel haben... Scheiße, 30 Sekunden. Viel Spaß. Alter, wie er sich nicht dahin setzt. Vielleicht sollte er wenigstens einen Heiligenschein noch bekommen? Ja. Mein Minecraft lag grad voll. Ich seh's auf dem Lenken, also. Ja, toll. Lenken sehen ist anders als Lenken bauen. Äh, 3, 2, 1... Scheiße. Putz. Aber wie so süß. Komm. Der ist auch kein Spiel. Guck mal, der hat aber Titten und keine Haare. Also von daher ist das mehr. Es ist echt. Also meiner ist besser als der hier, okay? Ja. Ja. Sind wir uns beide einig, oder? Da gibt's schon ein Melsing, ey. Melsing. Das hier. Ja, das Mädchen da drunter hat er ein Melsing grad gegeben, ey. Das soll meiner dann kriegen. Everything is awesome, man. Was hat der da alles? Guck mal, das kann ich auch. Ja. Du hast das schon wieder getan. Was ist das? Das sind keine Arme, aber dafür Flügel. Aber es sieht kacke aus, ey. Ist so. Siehst du mal zu süpscher. Nein. Doch, es hat ein Kleid an. Das sieht aus wie Jesus. What the fuck, was ist das? Oh Mann. Es hat nicht mehr mein Leben verstört. Hey, ihr steht doch bei Trinken. Scheiße, mein Handy. Was, dein Handy ist scheiße? Nein, mein Handy ist runtergeflogen. Aber ich bin zwar nicht immer hier, das regt mich auf. Siehst du, das sieht alles einfach besser aus als meins. Er ist schlechter. Er ist schlechter. So rum. Ich hab erst mal Jap gesagt. Ja, das haben alle gehört. Ich glaube, du bist viel zu leise, glaube ich. Scheiß drauf. Muss ich gleich mal lauter stellen. Definitiv nicht. Wird hier etwas, was sagst du mit einer Sackfresse? Sorry für den Ausdruck, Leute. Das sieht alles halt mal schlechter aus als meins. Ja. Meister bliebigen, Alter. Guck mal, die Haare sind... Guck mal, das ist so schlimmer als bei mir. Das hat so zwei Härchen. Drei. Ich würde mal drei sagen. Himbeer ist voll eklig. Wieso trinkst du das auch immer noch? Das ist halt schon ein bisschen besser. Aber ich seh's halt vom Rücken. Und ich hab noch neun Sekunden, um nach vorne zu fliegen. Äh, und es hat überhaupt keine Füße, also... Nein, das sieht nicht heiß aus. Nein, ich hab's nicht bewertet. Scheiß drauf. Kriegst noch weniger Punkte, also... Das war eine altbewährte Angel, die ich gerade erwähnt habe. Ja. Das ist locker einer, der... Ihr guckt, eindeutig Deutscher. Und der guckt bestimmt Revi. Und Bergi. Und das ist meiner. Und der ist dagegen halt wirklich noch süß. So. Er hat halt keine Flügel. Die gehen halt in den Haaren unter, okay? Die Haare sind über den Flügeln. Das können wir alle gegen tief beweisen. Und das ist mal wieder in der Angel. Angel. Spaß. Ha, 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 ha. Okay, weißer bliebigen. Und das ist kein Spaß. Ha, ha, ha. Das ist echt sehr nett, weißt du das? Aber stimmt. Ja, komm, das ist nicht das Thema getroffen. Ha, ha, ha. Ja, das... 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 WC... Das erinnert mich an so eine Kindersendung. Ich weiß aber gerade nicht, wie die heißt. Ich hab null... Zombie! Ha, ha, ha. Das ist ein Zombie. Ha, ha, ha. Was ist denn so? Ha, 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 ha. Crystal Meek. Moona War. Wie deins. Er hat gewonnen. Und ich bin halt mega weit hinten. Äh. Okay, tschüss. 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 Vielen Dank.